Willkommen zu sozial. Berövende, dein authentisch empathischer und digitaler Ausbildungskanal. Schweden. Wir sind in Schweden. Fjorde, unglaublich tolle Landschaften, richtig nette Menschen, gute Bildung, fantastische Familienpolitik. Alle reden über Schweden, wenn es um Bildung geht. Für Pädagogen, Lehrer aller Art und Eltern ist Schweden der heilige Gral der Erziehung. Scheinbar haben die Schweden die besten Lösungsansätze, um Lernumgebungen für Kinder zu gestalten, um sie optimal lernen zu lassen. Aber wer nur auf die Pädagogik schaut und aufs Bildungssystem, ja, der erfährt nur die halbe Wahrheit des Erfolgs. Hey Leute, herzlich willkommen hier auf Sozialverzogen, eurem authentisch, empathisch und vor allen Dingen digitalen Bildungskanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Habt ihr auch eine kleine Familie oder wollt eine gründen oder seid ihr sogar in einer großen Familie und überlegt die ganze Zeit, Mann, wisst ihr, was wir brauchen? Wertschätzung. Wir brauchen Wertschätzung auch von unseren Politikern, ja. Familienpolitik spielt in Schweden nämlich eine ganz große Rolle. Familie Policy. Familienpolitik. Immer wieder Streitthema. Was ist das Beste für Familien? Wie kommt man ihnen entgegen? Welche Möglichkeiten kann man ihnen bieten? Aber welche Rechte und Pflichten sollten sie auch beachten? Ganz vorne fängt es an mit der Gleichberechtigung. Die Schweden sind jetzt schon mittlerweile 50 Jahre dabei, Männer und Frauen gleichberechtigt zu behandeln, wenn es um Familie und Beruf geht. Damit aber dieses Doppelverdienermodell auch umgesetzt werden kann, braucht man ein starkes Betreuungssystem. Ohne dieses ist es eben nicht möglich, darauf zu verzichten, ein sogenanntes Ehegattensplitting in Erwägung zu ziehen. Ein durchaus positiver Aspekt ist, dass sowohl die Mutter als auch der Vater das Recht haben auf 8 Monate Elterngeld. Das ist natürlich ein super Anreiz, um beide gleichberechtigt in die Elternzeit gehen zu lassen. Und ja, dieser Effekt ist wirklich angekommen bei den Eltern. Immer mehr Väter in Schweden haben über die letzten 10 Jahre diese Elternzeit gezogen. Oben drauf gesetzt die Möglichkeit, Arbeitszeit auf 75% zu verringern bei ganz normaler Bezahlung. Das schafft nicht nur eben diesen finanziellen Anreiz, sondern vor allen Dingen auch den zeitlichen Anreiz, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Und nicht nur das, Eltern haben 120 Kindkranktage bei 80% Vergütung. In Deutschland sind es 10 pro Elternteil bzw. 20, wenn man alleinerziehend ist. Eine unglaubliche Diskrepanz. Astrid Lindgren Gebt den Kindern Liebe, mehr Liebe, noch mehr Liebe. Dann stellen sich gute Manieren von ganz alleine ein. Astrid Lindgren Wer ist repräsentativer als Astrid Lindgren? Dieses Zitat spiegelt in etwa wieder, wie das Bild vom Kind der Schweden aussieht. Dahinter steckt ein sozialkonstruktivistischer Ansatz. Das bedeutet, dass Menschen immer in Veränderung sind, immer in Anpassung und daran teilhaben, wie sich eine Gesellschaft verändert. Deshalb auch die Sicht, dass die Gesellschaft immer beeinflusst, wie Kinder erzogen werden. Davon lebt dieser Prozess quasi und so verinnerlichen Kinder und Jugendliche bestimmte Normen und Werte auf ganz normaler sozialer Art. Durch diese menschlichen Handlungen, diese ganz normalen Tätigkeiten erleben die Kinder eine Natürlichkeit, die diese sozialen Strukturen, wie sie sich über Jahre hinweg aufgebaut haben, auch immer aufrechthalten. Pädagogisch ist das Bild vom Kind durch Pestalozzi, Fröbel und nicht zuletzt durch die Regiopädagogik beeinflusst. Übrigens zum Thema Regio könnt ihr euch gerne mein Video anschauen. Ich verlinke euch das oben mal. Ein weiterer wichtiger Faktor der Sicht auf die Kinder ist, dass sie in Kokonstruktionen leben. Es ist quasi die Grundlage der schwedischen Pädagogik, Kinder immer teilhaben zu lassen. Ähnlich wie in der sozialen Struktur, auch in Bildungsstrukturen immer teilhaben zu lassen. Das geht bis in die Schulform hinein. Denn das Kind ist immer neugierig, es will bei den Erwachsenen sein, es will lernen, es will seine eigene Entwicklung mit beeinflussen. Das Bildungssystem. Natürlich super relevant. Ohne dieses Bildungssystem und vor allen Dingen durch dieses Kinderbetreuungssystem, hatte ich ja schon gesagt, kann das Familienbild gar nicht aufrecht gehalten werden. Wir sind auch in Deutschland abhängig davon, dass es gute Kinderbetreuungsstrukturen gibt. Hat man ja vor allem jetzt auch in der Pandemie gesehen, dass diese Strukturen ziemlich wichtig sind für das gesamtgesellschaftliche Leben. Die frühkindliche Bildung, quasi das Vorschulsystem, ist in vier Bereiche oder in vier Möglichkeiten gegliedert. Als erste Bildungseinrichtung besuchen die Kinder die First Scorer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist die erste Bildungseinrichtung, wo Kinder von 1 bis 5 Jahren betreut werden. Hier können sie die ersten Fundamente ihrer Bildung aufbauen und Entwicklungsprozesse durchlaufen. Als Alternative gibt es die Open First Scorer. Das ist quasi eine freiwillige Vorschule, die ergänzend oder eben neben der eigentlichen First Scorer laufen. Der Unterschied hierzu ist, dass Kinder und Eltern diese Einrichtungen besuchen können. Das hat ein Gefühl von Elterninitiativ-Kita. Als dritte Variante gibt es die Pädagogik-Komsorg. Das ist quasi eine private Kinderbetreuung, vergleichsweise zu einer Kindertagespflege hier in Deutschland, wo ein Minimum an Kinder betreut werden kann. Maximal fünf. Und hier muss das Personal, also der eine Erzieher oder die eine Erzieherin, auch keine Ausbildung haben. Der vierte Part wäre dann die First Scorer Class. Das ist quasi auch nochmal eine freiwillige Alternative, die zusätzlich besucht werden kann von den Kindern. Hier gehen die Kinder hin, wenn sie kurz vor der Schule stehen. Das ist vor allen Dingen ein kostenfreies Angebot, damit die Kinder einen leichteren Übergang vom Kindergarten in die Schule bekommen. Also, meiner Meinung nach genug Alternativen, um eine optimale, frühe Bildung stattfinden zu lassen. So ein Bildungssystem steht und fällt aber letztendlich auch mit dem Curriculum, also quasi mit dem Konzept, was dahinter steckt. Und während man hierzulande immer noch denkt, dass Kinder unbedingt gerade schneiden müssen, Linien nachschneidet, Bilder ausmalt und irgendwelche komischen ABCs und was auch immer auswendig lernt, hat das schwedische System ganz andere Schwerpunkte. Die Vorschule hat hier quasi die Hauptaufgabe, Kindern lernen immer möglich zu machen auf vielfältige Art und Weise. Freude am Lernen zu haben und ihnen diverse Optionen geben, um Lernerfahrung selbst zu machen. Und hier spiegelt sich auch wieder dieser sozialkonstruktivistische Ansatz wieder. Denn für die Vorschule gilt, Normen und Werte zu verpacken und zu vermitteln, die Offenheit, Respekt, Solidarität den Mitmenschen gegenüber und vor allen Dingen auch Verantwortung lernen lassen. Deshalb gibt es in diesem Curriculum auch Richtlinien für das Personal. Hier steht vor allen Dingen ganz oben der Respekt vor den Kindern und auch die Schaffung eines diplomatischen und vor allen Dingen demokratischen Klimas. Und natürlich beharren sie in diesem Curriculum natürlich auch auf die Partizipation. Denn das ist das Steckenpferd der Pädagogen, Kinder überall an Lernprozessen und Entwicklungsprozessen teilhaben zu lassen. Im Großen und Ganzen kann man fünf Überthemen nennen, die dieses Curriculum widerspiegelt. Das sind zum einen natürlich Normen und Werte, Entwicklung und Lernen, Partizipation, Vorschule und Familie und die Kooperation zwischen Hort und Schule. Und dieses Curriculum gilt landesweit. Das ist nicht nur auf bestimmte Regionen verpackt, so wie es teilweise ja auch in Deutschland ist, denn Bildung ist ja Ländersache. So ist es in Schweden Landessache. Jetzt habe ich das schwedische Bildungssystem oder beziehungsweise das schwedische Bild vom Kind ja einmal versucht so darzustellen. Mit welchem Ziel? Ich möchte euch nur nochmal darstellen, wie wichtig dieses schwedische System auch für die Gesamtpädagogik in Europa oder der Welt auch ist. Es ist ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Man darf natürlich nicht vergessen, Schweden ist bevölkerungstechnisch eher ein kleineres Land und kann vielleicht daher auch nur schwer mit Strukturen Deutschlands, Frankreichs oder auch Übersee, wenn man nach USA oder Kanada schaut, vielleicht nicht ganz mithalten. Aber der Ansatz, dass Familie der Schlüsselfaktor sein kann für ein richtig gutes Bildungssystem, für eine richtig hohe Bildungsverantwortung, ist eigentlich nicht von der Hand zu weisen. Auch mit Blick auf das Curriculum, was einen klaren Plan vorgibt, wie man sich Bildung im Land vorstellt, kann und sollte ein wunderbares Beispiel sein, vielleicht doch nochmal zu überlegen, einen Gesamtbildungsauftrag zu verfassen für Deutschland. Denn wir haben ja, wie das Berliner Bildungsprogramm zeigt, auch gute Beispiele. Aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt in diesem Curriculum, in dieser ganzen Bildungspolitik und Familienpolitik, dass Kinder immer mit an ihrer Entwicklung beteiligt werden und mit daran beteiligt werden, wie Rahmenbedingungen geschaffen werden. Denn Bildung kann nicht passieren, wenn wir an den Kindern vorbeidenken. Leute, lasst nicht wissen, wie ihr über das schwedische Modell denkt. Vielleicht gibt es unter euch ja auch schon erfahrene Menschen, die selbst schon in Schweden gearbeitet haben oder auch aus Schweden kommen. Also ihr seid herzlich eingeladen, hier mitzudiskutieren, nochmal Feedback zu geben. Ich würde mich freuen. Und schauen wir doch mal, ob das wirklich so der heilige Bildungsgral sein kann oder ob wir vielleicht auch verträumt nach Schweden gucken. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Video. Bleibt ihr sozial verzogen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dann, habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao.